Kappellmeister, lass ihr das Spiel beginnen! Ach, das ist schon eine wunderbare Musik, der Mozart heute. Aber was bitte macht der König Ludwig in der Zauberflöte? Naja, hier läuft das Stückl einmal ganz anders. Plötzlich spielen da zwei Papagenos, ein Junge und ein Alter, das bin ich. Aber wer ist der Richtige? Die Sissi singt auch mit und der Reichskanzler Bismarck und noch so ein ganzer Haufen Adeliger. Gefilmt haben sie das im Prinzregententheater in München. Angerührt und inszeniert hat das alles der Baron zu Guttenberg, auch so ein Adeliger. Ein riesen Durcheinander, diese Zauberflöten. Wenn Sie wissen wollen, wer da mit wem und warum und wieso, kommen Sie ins Kino. In ausgewählten Lichtspielhäusern gibt es das in Dolby Atmos und Higher Frame Rate. Für mich ist das alles technischer Führlefanz. So, Herrschaften, genug Red, wir sehen uns im Kino. Und das ist das alles technischer Führlefanz. Und das ist das alles technischer Führlefanz.